ein wunderschönes hallo und willkommen bei den gold spielen für ende oktober für die xbox 360 für die xbox von wie immer aber diesmal wieder extrem spät morgen schon 31 wenn ich es heute abend hochlade ist es morgen verfügbar also am 31 was mega spät ist weil ich keine zeit habe und diesmal fange ich wieder auf der 360 an mit i am alive oder irgend so was ist wohl ein survivor spiel oder so das zeige ich wieder um 15 bis 20 minuten je nachdem wie es mich fesselt und danach gehe ich dann zu the one und da ist dann so ein komisches 2d spiel und das mache ich in einem anderen video und ja jetzt fange ich mal die mit diesen hier an ich wollte mir damals immer mal holen aber immer von abgekommen und jetzt ist es kostenlos was wirklich sehr schön ist und ja fangen wir mal an normal auch warnung was ist es ist ein quatsch egal rt zum rennen und immer drücken noch mehr ok von obisoft oh test test Ich bin nicht sicher, dass die Geräusche funktioniert. Wow, es funktioniert. Das ist ein bisschen wunderschön für mich, aber wenn du das gefunden hast, dann das bedeutet... Anyway, wenn du das Video gemacht hast, das Video Recorder zu meinem Haus. Das ist in Haventon, 27 Arbor Street. Es ist in der Park, und vielleicht, vielleicht jemand wird da sein. Okay, das ist eigentlich mein Leben. Mein Backpack, Climbing Harness, Flashlight, ein paar Batterien, Pistole. Ich habe noch nie geführt, bevor. Anyway, ich habe keine Bullets in es, so... Ich kann nicht glauben, ich bin zu kommen. Es ist schon seit dem Jahr, seit dem Event. Es hat mir nur vier Stunden, es ist, dass ich auf dem Weg fliehen, aber es ist, dass es die besten, eine Jahrzehnte, wenn du nach Hause gehst. Mit der Glück, ich werde zurück in unserem Haus in ein paar Stunden, ein paar Stunden. I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Okay, die Welt ist wohl ein bisschen kaputt, wie man sieht. Und wir spielen wohl einen Typen, der zu seiner Familie zurück will. Schauen wir mal. Rennen verbraucht wohl Ausdauer, was sich aber wieder auflädt. LTS-Pistole. Ah, okay. Ah, Y ist das. Okay, erstmal. Immer ganz wichtig, alle Tasten ein bisschen ausprobieren. Okay, Statistik. Inventar. Ich habe eine Konserve bei. Und eine Wasserflasche. Füllt wohl Gesundheit auf. Nee, Ausdauer und Ausdauer. Okay. Ach, Gesundheit ist rechts, links ist Ausdauer. Okay. Habenton Traffic. Oh, ich habe es verloren. Aber ich weiß gar nicht, wo ich... ... lang muss. Und die Sicht ist so ein bisschen schwarz-weiß hier alles. Aber das ist wohl mit Absicht. Wo muss ich den lang? Bin ich hier richtig? Oh, 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 oh. Ah, ist springen. Da kann ich doch nicht lang springen. Ah. Verbraucht natürlich alles Ausdauer. Es lädt noch nicht mal nach, selbst wenn ich anhalte. Ach, dann stürze ich ab. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Oh mein Gott. Ah, Verstaufspause. Jetzt muss ich hier runterklettern. Also die, die Scharnik ist ganz cool. Oh, ich wollte schon sagen Krankenwagen, aber ist es nicht. Kann man auch nicht aufmachen. Okay. Oh. Nicht hier lang. Hier lang. Nee. Ach so. Jetzt muss ich hier hochklettern. Klettersprung. Ja, es verbraucht mehr Ausdauer. Ist wirklich nett, dass das Spiel mich darauf hinweist. Aber verdammt viel Ausdauer. Kletter hoch, Mann. Was macht der? Okay. Alles noch im grünen Bereich? Ah, wo der hochklettert, Alter. Wohinig. Wohinig. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin. Ich habe gedacht, da kann ich mir ausruhen. Die dürfen sich nie ausruhen. Und das wird verdammt knapp. Oh mein Gott. Ich habe doch, ich kann ja Wasser trinken. Aber ist auch nicht viel. Oh, da wäre ich jetzt abgestürzt, ich da. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh. Heilige Scheiße, Alter. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen krank. Das ist ein bisschen krank. Ja, das weiß ich doch. Das habe ich gemacht. Oh, oh. Pistole geht ja nicht. Oh. Oh. Bistole geht ja nicht. Oh. Wer es noch nicht hat, der kann zugreifen. Meine Güte. Auweia. Was hat der für Handschuhe, Alter. Jetzt bin ich hier unten. Ach, von da bin ich gekommen. Sehr schön. Kletter, 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 kletter. Alles wirklich sehr kaputt. Ob hier eine Atombombe eingeschlagen ist. Feuerwehr? Ah, hab ich mir schon gedacht. Das ist ja wirklich toll. Das wäre ja noch, wenn ich hier abstürzen würde. Spring um dein Leben. Uiuiui. Er muss eine Kraft in seine Finger haben. Aber es gibt hier auch nicht so viel zu finden, oder so. Irgendwie Dote. Skelette. Eigentlich hauptsächlich Skelette. Wo muss ich denn jetzt laufen? Aha. Das war ja easy. Ach, da vorne ist ein Tunnel. Aha. Bisher läuft es sehr gut. Oder auch nicht. Junge. Junge. Springen. Geht doch. Ich kann wahrscheinlich zurück nach den Straßen gehen, wenn ich durch den Sewer gehen kann. Jetzt sind wir im Kanal-System, wie er erwähnt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob es da Zombies gibt, oder so ein Kram. Aber bisher ist irgendwie alles tot. Okay. Der Abschnitt ist wohl fertig. Bisher ein sehr entspanntes Spiel. Ein Stück mache ich noch und dann war es das. Den Rest könnt ihr machen. Aber ihr habt es bestimmt schon alle gespielt. Weg zum alten Apartment. Fientin. . Hey, wer ist da? Don't make me kill you. I don't want any trouble. I'm already gone. Hier lebt noch jemand... ne Frau oder irgend so... Und mach die hier... Karte aktualisieren... Ist wirklich ne tolle Karte... Da kann man hoch... Es ist viel Schmuck da... ziemlich tief... Jetzt sind wir oben in ne... In der noch... Oh... Genau... Schläger... Nein, nein, nein... Dieser verdammten Wichser... das ist erstmal eine karte aber die bestimmt noch weiter also richtig offene welt ist das nicht schon so vorgegeben vielleicht schaffe ich es aus dem appartement speicherpunkt kann man speichern ne speichert automatisch ein loch muss ich da runter ich verstehe gerade nicht was ich hier machen soll ähm ha zurück aua aua was nähern sie den Gegner mit geht doch gar nicht ich drücke ich drücke doch x oh oh mein gott besser mit mir jetzt habe ich so ein kat nee katana ist das nicht äh maschierte ist oh da liegt er ja ah der pennt erst mal eine runde wirklich sehr interessantes spiel muss ich sagen hey du ich kann dich sehen ziehen sie nicht ihre pistole ziehen sie nicht ihre pistole habe ich natürlich gemacht bevor die einblendung kam und ich bin tot da bin ich ja spannend ach hier mal sehen was jetzt passiert was 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 hat hm hm na 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 keine bewegung sonst drehe ich durch und ich mache euch alle platt ich bin oh es weiter zurück doch er und er vor er hat er hat 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 er ein er Ich kann nicht weiter gehen! was werde ich hier sehen? irgendwie bin ich fast tot kann ich die eigentlich durchsuchen? ich brauche Essen Nahrung ob man durch baumrinde leben kriegt? ich bin fast tot wenn mich jetzt eine mücke sticht, bin ich tot diese welt ist grausam ich werde sterben es liegt aber auch nirgendwo weit umher oh da, was liegt da? Essen? Schmerzmittel gefunden kriegt es neben? naja, hm hat jetzt nicht so großartig geholfen so ich glaube hier werde ich schluss machen mit einem halbtoten typen der nicht so bescheiden aussieht ok leute das ist im alive ähm survivor spiel in eine zerstörten welt alles kaputt alles tot laufen nur psychos rum und ich bin fast tot einmal bin ich gleich gestorben und ja dann sehen wir uns bei den xbox one spielen mal sehen was das ist ansonsten sehen wir uns im nächsten monat bei den gold spielen hoffentlich kriegt das früher hin weil diesmal ist etwas spät alles und ja haut rein bis zum nächsten mal ne ciao leute bis zum nächsten mal